Motorisierte Schützen Motorisierte Schützen oder im militärischen Sprachgebrauch Mod-Schützen. Wer denkt heute schon darüber nach, warum in den sozialistischen Armeen diese Bezeichnung für den einstigen Begriff Infanterie gebraucht wird? Die Mod-Schützen der NVA verfügen über moderne Gefechtsfahrzeuge sowjetischer Konstruktion. Schützenpanzerwagen und Schützenpanzer. Sie besitzen damit Fahrzeuge, die dem modernen Gefecht entsprechen. Sie sind Transport und Kampfmittel zugleich. Das gegenwärtige Endglied einer langen Entwicklungskette. Bereits die Herrscher der Antike erhofften von Streit- und Kampfwagen größere Beweglichkeit und somit schnelleres Erreichen ihrer Kriegsziele. Selbst Kampfelefanten setzten sie ein. Bald strebte man auch danach, die Kämpfenden zu schützen. Im Mittelalter trachtete man ebenfalls nach Schutz und höherer Kampffähigkeit. Auch dazu steuerte der vielseitige Leonardo da Vinci seine Ideen bei. Aber das alles waren nur Versuche, die die Entwicklung nicht wesentlich vorantrieben. Erst mit der Einführung der Eisenbahn und ihrem rasch folgenden militärischen Gebrauch wurde ein Problem gelöst. Der jetzt mögliche schnelle Transport der Truppen über weite Entfernungen erhöhte Beweglichkeit und Kampfkraft enorm. Bis dahin fielen bei Märschen bis zu 80 Prozent der Kämpfer aus. Ein weiterer Schritt war die Erfindung des Diesel- und Otto-Motors. Mit dem darauf folgenden ersten Kraftwagen entstand die technische Grundlage für bewegliche Kampfwagen. Zwar wurden relativ rasch LKW für militärische Transporte eingesetzt. Und die aufblühende Autoindustrie entwickelte um 1900, auch hier raschen Profitwitternd, auf der Basis von PKW gepanzerte und bewaffnete Gefechtsfahrzeuge. Jedoch die Generalstäbler der kapitalistischen Armeen setzten nur auf die Entwicklung der Panzerwaffe. Parallel dazu gab es die skurrilsten Versuche, die Infanterie beweglicher zu machen. Als der Erste Weltkrieg im Drahtverhau und Maschinengewehrfeuer stecken blieb, als er in die Sackgasse des Stellungskrieges geriet, suchte man den Übergang zum motorisierten Bewegungskrieg. Basierend auf den damals Tanks genannten Panzern entstanden solche Ungetüme. Truppentransporter und Kampfwagen in einem, aber schwer und unbeweglich. Und ihre Bedeutung wurde noch nicht richtig erkannt. Doch die Idee war geboren, die später entscheidende Veränderungen in der Kampfführung bringen sollte. Auch die junge Sowjetmacht. Sich bewusst, dass eine Revolution nur dann etwas wert ist, wenn sie sich verteidigen kann, begann mit der Motorisierung, um imperialistischen Räubern nicht wehrlos ausgeliefert zu sein. Und Räuber standen jederzeit bereit. Der deutsche Faschismus baute seine Blitzkriegsdoktrin auf kampfstarken Panzerverbänden auf. In arroganter Überschätzung der eigenen Kräfte und maßloser Herrenmenschenüberheblichkeit blieb die Motorisierung der Infanterie auf der Strecke. Sie musste weitermarschieren. Ihre Beweglichkeit war gering. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion wurde der Widerspruch zwischen Wendigkeit der faschistischen Panzerverbände und relativer Unbeweglichkeit der ihnen folgenden Fußtruppen unlösbar. Am Heldenmut der vom ganzen Volk getragenen Sowjetsoldaten zerbrach der Mythos von der unbesiegbaren deutschen Wehrmacht. Den sowjetischen Ansturm konnten auch die von der faschistischen Rüstungsindustrie in großer Eile entwickelten gepanzerten Gefechtsfahrzeuge der Infanterie nicht aufhalten. Obwohl auch die Schützenverbände der Roten Armee kaum motorisiert waren, fand sie Wege, um die Verbindung zwischen Panzern und Schützen nicht abreißen zu lassen. Zumal sowjetische Konstrukteure intensiv geeignete Fahrzeuge entwickelten, die dann immer mehr auf den Schlachtfeldern erschienen. Die sowjetische Kriegskunst bereitete dem Faschismus seine vernichtende Niederlage. Aber trotzdem blieb die Sowjetunion auf imperialistische Angriffe vorbereitet, entwickelte sie weiter Gefechtsfahrzeuge für Schützen. Als mit der NVA die erste sozialistische deutsche Armee entstand, konnte sie auf die Erfahrungen und Unterstützung der sowjetischen Waffenbrüder bauen. Anfangs dominierte noch kampferprobte Technik der 40er Jahre. Bald waren es neue Schützenfahrzeuge, die Panzern folgen konnten. Bei ihrer Konstruktion zogen die sowjetischen Genossen die Lehren aus dem großen Vaterländischen Krieg. Zunächst wurden geländegängige Radfahrzeuge mit gepanzerten Aufbauten versehen und mit einem MG bewaffnet. So entstand zum Beispiel aus dem Siel 151 der SPW 152. Damit war ein erstes Problem gelöst. Der Transport der Schützen auf dem Gefechtsfeld und ihr Schutz vor gegnerischen Waffen. Auf dem LKW GAS 63 basierten die SPW der Reihe 40. Modifikationen dieses wendigen Fahrzeugtyps, meist schwimmfähig, sind noch heute erfolgreich eingesetzt. Eine andere Entwicklungslinie fußte auf dem Schwimmpanzer PT-76 und führte zum Ketten-SPW PK 50. Jetzt war ein zweites Problem gelöst, die Schwimmfähigkeit. Denn in Mitteleuropa durchschneidet alle 30 Kilometer ein Wasserhindernis das Gelände. Anfang der 60er Jahre erschienen Neukonstruktionen von ebenfalls schwimmfähigen Achtrad-Schützenpanzerwagen, der SPW 60 noch oben offen und der 60 PA bereits geschlossen. Mit ihnen vollzog sich der restlose Übergang vom Truppentransportmittel zum Gruppenkampfmittel. Der Begriff Mod-Schützen erhielt seine Berechtigung. Heute verfügen die Mod-Schützen unserer Landstreitkräfte mit dem SPW 60 PB, dem SPW 70 und dem Schützenpanzer BMP über Fahrzeuge, die alle guten Eigenschaften ihrer Vorgänger potenzieren und im Gelände Geschwindigkeiten erreichen, mit denen sie jederzeit dem Angriffstempo mittlerer Panzer folgen können. Mit ihnen wurde ein drittes Problem gelöst. Die Mod-Schützen sind in ihnen nicht nur vor Infanteriegeschossen und Granatsplittern geschützt, sondern auch vor Massenvernichtungsmitteln. Jedoch auch die modernste Gefechtstechnik vermag nichts ohne den Menschen. Ihren vollen Kampfwert entfalten diese Fahrzeuge erst beherrscht von drei Mann Besatzung. Dem Kommandanten, Fahrer und Richtschützen, beziehungsweise beim BMP dem Richtlängsschützen. Die Kommandanten sind Unteroffiziere, der Fahrer des BMP ebenfalls. Das nicht ohne Grund, denn die Kampfmaschine, wie die sowjetischen Genossen den BMP tauften, beherrscht man nicht von heute auf morgen. Das gilt auch für die Bewaffnung, die entscheidend den Kampfwert eines Gefechtsfahrzeuges mitbestimmt. Der SPW 70 besitzt ebenso wie der 60 PB ein mittleres und ein schweres MG. Der BMP verfügt über ein MG. Er kann Panzerabwehrlenkraketen verschießen und besitzt eine 73 Millimeter Kanone für panzerbrechende Geschosse. Eine Bewaffnung, die allen Bedingungen des modernen Gefechts gerecht wird. Die automatisch geladene Kanone hat eine größere Reichweite als herkömmliche. Für den Richtlängsschützen heißt das größere Verantwortung, höherer Ausbildungsstand. Noch mehr gilt diese Forderung für die Panzerabwehrlenkraketen. Tausende von Trainingsstarts am Simulator sind erforderlich, um die Perfektion zum Führen der Rakete zu erwerben und zu erhalten. Beleg für die Qualität des Trainings ist immer wieder ein scharfer Start. SPW und BMP nehmen im Gefecht je eine Mordschützengruppe auf. Soerst werden sie der anspruchsvollen Bezeichnung Gruppenkampfmittel gerecht. Im SPW 70 sitzen die Mordschützen, abweichend von der traditionellen Sitzordnung im SPW 60, gefechtsgünstig. Über Winkelspiegel können sie das Gelände beobachten, aus Kampfluken das Feuer auf den Gegner führen. Eine ähnliche Sitzordnung auch im BMP. Auch hier gestatten heizbare Winkelspiegel das Beobachten des Geländes. Die Pulvergase werden abgesaugt und die Waffen beim Schießen in Kugelbländen geführt. So ist auch beim Feuern der Schutz vor Massenvernichtungsmitteln nicht unterbrochen. Der Panzerbüchsenschütze kann seine Ziele bekämpfen, ohne abzusitzen. Besonders Geübte vermögen das sogar während der Fahrt. Beim Absitzen bietet der BMP weitgehend Schutz vor gegnerischem Feuer. Wenn die Dynamik des Gefechts Handlungen zu Fuß erfordert, wie zum Beispiel beim Sturmangriff. Variantenreich wie das Gefecht sind auch die Möglichkeiten abzusitzen. Stets jedoch entscheiden Schnelligkeit und rascher Übergang zum Angriff. Sie verkörpern zwei parallele Entwicklungslinien, die den Forderungen des modernen Gefechts voll entsprechen. Die 8-Draht-Schützenpanzerwagen, hier vertreten durch den SPW 70 und der auf Gleisketten rollende Schützenpanzer BMP, der die Vorzüge eines mittleren Panzers und eines SPWs in sich vereint. Sehen wir sie uns etwas näher an. Ein wichtiges Maß aus taktischer Sicht ist die Höhe. Sie beträgt beim SPW 2,32 Meter und beim BMP 2,07 Meter. Damit ist er fast einen Meter niedriger als vergleichbare Fahrzeuge der NATO, wie zum Beispiel der Schützenpanzer Marder, mit dem unter anderem die Bundeswehr ausgerüstet ist. Aber auch die Leistungen unserer SPW und SPZ sind denen der NATO-Gefechtsfahrzeuge zumindest ebenbürtig. Im Gelände erreichen sie Spitzengeschwindigkeiten von 40 kmh. Beide Fahrzeuge bewältigen fast jedes Gelände. Gleich ob beim Sturmangriff, beim Vordringen in die gegnerische Verteidigung, bei Handlungen einer Vorausabteilung oder bei überraschenden Schlägen. Sie meistern Steigungen von 30 bzw. 32 Grad. Jedoch, das alles vermögen sie nur in den Händen eines Meisters. Und beim meisterhaften Beherrschen der Technik gibt es keine obere Grenze. Grabensysteme von zwei bzw. zweieinhalb Meter Breite sind kein Hindernis für sie. Die äußere Form bietet gegnerischen Waffen kaum Angriffspunkte. Und wenn das Gelände schwierig wird, ein Handgriff genügt, der Reifendruck sinkt und die greifende Reifenoberfläche wird größer. Noch eine Überlegenheit gegenüber analoger NATO-Technik. Alle SPW und SPZ der Streitkräfte des Warschauer Vertrages sind schwimmfähig. Der BMP erreicht dabei bis zu sieben Stundenkilometer. Angetrieben wird er durch seine Gleisketten. Den SPW 70 treiben zwei kräftige Wasserstrahlturbinen und bringen ihn auf 10 Kilometer pro Stunde. Besonders bei Seeanlandungen bewerten und bewähren sich unsere Schützenpanzerwagen. Der Wendekreis des SPW 70 von 12,6 Meter entspricht dem mittlerer LKW und die 2,55 Meter des BMP werden nur von anderen Kettenfahrzeugen erreicht. Mit einer Nebelanlage vermag sich der BMP gegnerische Sicht zu entziehen. Für spezielle Aufgaben wurde eine Variante des Schützenpanzers entwickelt, der BMP-2. Äußerlich ist er an der vollstabilisierten 30 Millimeter Schnellfeuerkanone zu erkennen. Sie ist weitreichender und treffsicherer als die des BMP-1, auch gegen Luftziele. Die BMP-2. Diese Mike ist ein Spielperspektrum. Schmidt-4thh, 2, honesty, Herr Stoltz, 3, 2- Night Tur Hit. Sie ist richtig. Alles in allem, die SPW 60, PB und 70 sowie die BMP sind Gefechtsfahrzeuge, die den Mordschützen der NVA ihre volle Beweglichkeit unter allen Gefechtsbedingungen garantieren. Die sie weitgehend vor gegnerischen Einwirkungen schützen und ihnen das umfassende Erfüllen ihrer Gefechtsaufgaben zusammen mit anderen Waffengattungen ermöglichen. Für diesen Fahrzeugen sind sie wahrhaft motorisierte Schüssen. Untertitelung des ZDF, 2020 T-34 Legendärer sowjetischer Panzer, eine Waffe der Sieger im großen Vaterländischen Krieg. Einer seiner Nachfolger, der T-55, ein Standardpanzer der Streitkräfte des Warschauer Vertrages. Die ersten Jahre des ZDF, 2020 Sowjetmacht. Arbeiter und Bauernsoldaten bewiesen die Wahrheit Lenins, eine Revolution ist nur dann etwas wert, wenn sie sich zu verteidigen weiß. 150 Panzerautos und 100 Panzerzüge standen vorerst zur Verfügung im Kampf gegen Konterrevolution und Intervention. Auf Empfehlung der Partei wurde 1920 der erste sowjetische Panzer gebaut. Sein Name, Kämpfer für die Freiheit, Genosse Lenin. Nur wenige Panzer dieses Typs konnten produziert werden. Erst die sozialistische Industrialisierung schuf auch die Basis für die Weiterentwicklung der Panzerwaffe. 1927 entstand der leichte Panzer MS 1, eine wichtige Vorstufe für neue Panzertypen. Es gab zwei Hauptlinien der Entwicklung. Die BT-Serie, Panzer mit Einzelradaufhängung. Auf der Straße fuhr er auf Rädern, im Gelände mit Ketten. Die T-Serie, Gleiskettenpanzer mit genieteten Stahlplatten. In der Weiterentwicklung wurden sie geschweißt. Erste Ergebnisse vorausschauenden Probierens. Schwimmpanzer. Der Einsatz von Panzern bei Luftlandungen. Kliment Varosilov, Volkskommissar für Militär und Marine, schlussfolgerte, Panzer gewinnen immer mehr Bedeutung für die Armee. Der Einsatz von Panzerwaffe 1939 entwickelten sowjetische Konstrukteure den Panzer, der den gewachsenen Produktionsmöglichkeiten und den Erfordernissen des modernen Militärwesens entsprach, den mittleren Panzer T-34-72. 28,5 Tonnen Masse, Kaliber der Panzerkanone 76,2 Millimeter, 2 MGs, Panzerung bis zu 80 Millimeter, Höchstgeschwindigkeit bis zu 55 Kilometer in der Stunde. Nach dem faschistischen Überfall auf die Sowjetunion nahmen unter Einsatz aller Kräfte bis Dezember 1941 acht Werke des Panzerbaus hinter dem Ural die Produktion auf. Von Monat zu Monat verließen mehr Panzer die Werkhallen. Eingesetzt wurden schwere Panzer der IS-Serie und die mittleren Panzer T-34. Die Schlachten gegen den faschistischen Aggressor wurden mit vom massierten Einsatz sowjetischer Panzer entschieden. Der T-34, ständig weiterentwickelt und verbessert, gelungene Synthese von hoher Feuerkraft, starker Panzerung, Geländegängigkeit, günstiger Formgebung, geringer Störanfälligkeit, erwies sich den faschistischen Panzern überlegen. Am Sieg über die Hitler-Truppen hatten sowjetische Panzerkonstrukteure, Panzerbauer, Panzersoldaten wesentlichen Anteil. Lenins Satz von der Verteidigung der Revolution galt von Anfang an auch für die Deutsche Demokratische Republik. Zur Standardausrüstung der jungen Nationalen Volksarmee gehörte in den 50er Jahren der mittlere Panzer T-34-85. Heute ist es der T-55, Ergebnis des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in der sowjetischen Panzerproduktion. Vier Mann Besatzung, ein Fahrbereich von 500 Kilometern, eine 100 Millimeter Panzerkanone, die unterschiedliche Granatarten verschießen kann. Jungen der Nase der Corona-Touchen Die Tränenbräter Die Tränenbräter Ein 500 PS Motor, Voraussetzung für hohe Beweglichkeit. Niedrige Silhouette, sphärische Formgebung und ein entsprechender Neigungswinkel bieten geringe Angriffsflächen. Infrarot, Ziel- und Richtgerät, KBC-Schutzanlage, Unterwasserausrüstung und automatische Feuerlösch-Einrichtungen kompletieren die Ausstattung. Die nach dem Kreiselprinzip arbeitende Stabilisierungseinrichtung der Panzerkanone ermöglicht das Schießen aus der Bewegung. Panzer sind die Hauptstoßkraft der Landstreitkräfte. Sie unterstützen die Mod-Schützen, die aus modernen Gefechtsfahrzeugen wie dem Schützenpanzer oder abgesessen die Kampfhandlungen führen. Damit können durch bewegliche Handlungen und weiträumige Manöver die Truppen schnell in die Tiefe der gegnerischen Stellungssysteme vorstoßen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten moderner Waffensysteme stellen immer höhere Anforderungen an den Menschen, an die Panzersoldaten. Dabei bilden Ideologie, militärisches Wissen und technische Fertigkeiten eine untrennbare Einheit. Erst die vollkommene Beherrschung der Kampftechnik bietet die Gewehr, die Leistungsparameter moderner Gruppenwaffen maximal auszunutzen. Das erfordert erfahrene militärische Kollektive. Der mittlere Panzer kann mit seinen Zusatzgeräten auch bei anderen Waffengattungen wie den Pionieren eingesetzt werden. Zum Minenräumen, beseitigen von Sperren, zum Einebenen von Gräben und Trichtern, zum Schneisenbrechen. Er dient als Basisfahrzeug für schwere Zugmaschinen und Brückenlegepanzer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Konstruktion moderner Sowjetunion Der europäische Panzer berücksichtigt die geografischen Gegebenheiten in Mitteleuropa. Etwa alle 30 Kilometer gilt es ein Wasserhindernis zu überwinden. Forcieren bedeutet für die Panzerbesatzungen den Einsatz ihres ganzen Könnens. Der mittlere Panzer T-55 bietet unter anderem durch Abdichtvorrichtungen, Frischluftzuführungen für Besatzung und Motor, sicheren Schutz bei Unterwasserfahrten. Voraussetzung für hohe Beweglichkeit unter modernen Gefechtsbedingungen. Zur vielseitigen und intensiven Ausbildung der Panzerbesatzungen gehört die Vorbereitung für Unterwasserfahrten und das Training von Rettungsmaßnahmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Manöver Dnieper. Mit den mittleren Panzern T-55 und T-62 werden im Militärwesen entsprechend den Ergebnissen der wissenschaftlich-technischen Revolution neue Möglichkeiten des Panzereinsatzes erprobt. Die Entwicklung geht weiter. Höhere Motorleistungen werden angestrebt, Panzerung und Munition verbessert, optische Geräte zur schnelleren Zielerkennung entwickelt, Stabilisierungseinrichtungen vervollkommnet, Laserentfernungsmesser und eine Panzerkanone mit glattem Rohr für verschiedene Geschossarten getestet. Musik Wie vor 40 Jahren der T-34 sind heute die mittleren Panzer T-55. T-62 sowie die jüngste Generation sowjetischer Panzer in den Händen sozialistischer Soldaten eine Waffe zum Schutz unserer Errungenschaften und des Friedens. Eine Waffe, die dem Gegner Respekt einflößt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein 780 PS Vielstoffmotor bringt die 41,5 Tonnen bis auf 60 kmh. Mit einem neuartigen System der Kraftübertragung, sieben Vorwärtsgängen und einem stufenlosen Lenksystem meistert ihr jedes Gelände. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Neuerung, die Zeit und Kraft spart. In 20 bis 25 Minuten hat sich der T-72 selbst eine Stellung geschoben. Feuerlösch, Kernwaffenschutz und Filterventilationsanlage bieten maximalen Schutz für die Besatzung. Mit dem T-72 werden die Traditionen des sowjetischen Panzerbaus fortgesetzt. Diesen Panzer einer neuen Generation finden wir neben der Hauptbewaffnung, dem bewährten T-55, in den Panzereinheiten der MVA. Untertitelung des ZDF, 2020 Jeder hat ihn schon einmal gesehen. Er bildet den mittleren Panzer T-55. Er bildet die Hauptbewaffnung der Panzereinheiten der Nationalen Volksarmee. Die ihn beherrschen, Kommandant, Fahrer, Richt- und Ladeschützer. Munition für das MG 7-62, das Fla-MG 12,7 und die 100 mm Kampfwagenkanone. Einmal angerichtet bleibt die Kanone unabhängig von der Wannenbewegung im Ziel. Sowohl in der Seite Als auch in der Höhe. Ein robuster 12 Zylinder Dieselmotor mit 390 Kilowatt Leistung treibt den Panzer an. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit Zusatzgeräten erfüllt er die Funktionen einer Pioniermaschine. Mit seinen 36 Tonnen kann er zwar nicht schwimmen, aber taufen. Nach kurzer Vorbereitungszeit ist der Panzer in der Lage, Wasserhindernisse bis 5 Meter Tiefe zu durchfahren. Der T-55, eine ausgezeichnete Waffe in den Händen bewährter Kampfkollektive. Spreche von ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Abwehr und Vernichtung gegnerischer Luftangriffsmittel ist unter den heutigen Bedingungen eine aufwendige, komplizierte und notwendige militärische Aufgabe. Alle Teilstreitkräfte der Nationalen Volksarmee besitzen moderne Luftabwehrmittel, um gegnerische Luftziele rechtzeitig aufzuklären und wirksam zu bekämpfen. Die Landstreitkräfte verfügen über eine selbstständige Waffengattung, die speziell für die Deckung der Truppen vor Luftangriffen bestimmt ist. Die Landstreitkräfte Die Landstreitkräfte Ein bewährtes Waffensystem zur Bekämpfung tief fliegender Luftangriffsmittel, die FLA-SFL 23mm Vierling, die Schilka. Sie ist mit einem Funkmessfeuerleitgerät, vier Waffen 23mm und elektrischen Richtantrieben ausgerüstet. Die Antennen werden zur Zielsuche automatisch aufgerichtet, die ermittelten Werte auf die Waffen übertragen und ihre Mündungskappen gelöst. Turm und Waffen bewegen sich in Richtung des anfliegenden Zieles. Zur Besatzung gehören Kommandant, zwei Funkorter und Fahrer. Sie verfügen über Navigations- und Beobachtungseinrichtungen, Funkgeräte und eine Kernwaffenschutzanlage. Die Schilka besitzt eine sehr hohe Feuergeschwindigkeit und erreicht eine große Feuerdichte am Ziel. Der FLA-Raketenkomplex kleiner Reichweite ist eine Ein-Mann-Waffe. Die FLA-Raketenschützen handeln im Gefechtseinsatz paarweise, werden über Funk vom Gruppenführer geführt und erhalten von ihm die Zielzuweisung. Einer der Schützen trägt am Stahlhelm einen Funkmesspeiler. Damit sind beide in der Lage, das über Funk zugewiesene Ziel anzupeilen und schon auf größere Entfernung aufzufassen. Der Infrarot-Zielsuch-Lenkkopf der FLA-Rakete lenkt sie nach dem optischen Auffassen und dem Start durch den Schützen selbstständig ins Ziel. Eine andere Version dieses Waffensystems auf einen SBW-40 montiert. Das Fahrzeug ist mit FLA-Raketen in Containern bestückt, vier davon befinden sich auf den Startschienen. Hohe Manövrierfähigkeit, seine Schwimmfähigkeit und äußerst geringe Zeiten beim Beziehen und Verlassen von Stellungen machen diesen FLA-Raketenkomplex zu einem sehr effektiven Waffensystem. Die Besatzung besteht aus dem Kommandanten, dem FLA-Raketenschützen und dem Fahrer. Der Schütze kann die Raketen nach jeder beliebigen Seite und Höhe richten. Durch die unterhalb der Container befindliche Sichtscheibe muss auch er das Ziel zunächst optisch auffassen. Dazu erhält er die entsprechende Zielzuweisung vom Kommandanten. Auch diese Raketen sind mit einem Infrarot-Zielsuch-Lenkkopf ausgestattet. Mit diesen beiden FLA-Raketenkomplexen besitzt die Truppenluftabwehr Waffen mit größerer Reichweite. Ihrer hohen Beweglichkeit wegen können sie den Truppen auf dem Gefechtsfeld unter allen Bedingungen folgen. Die Führung dieser Vollkettenfahrzeuge in unterschiedlichem Gelände verlangen von Kommandant und Fahrer Geschicklichkeit und Erfahrung. Kommt jetzt, Kontrolle! Vom Ausbildungsstand und den exakt aufeinander abgestimmten Tätigkeiten der drei Besatzungsmitglieder hängt der Erfolg im Kampf mit dem Luftgegner ab. Zu beiden FLA-Raketenkomplexen gehören technische Batterien, die die Raketen für den Einsatz vorbereiten. Eine Vielzahl von Spezialisten ist notwendig, um die Endkonservierung und Montage zu gewährleisten. Nach der Überprüfung ihrer Funktionstüchtigkeit werden die Raketen auf Transportfahrzeugen den Startrampen zugeführt. Mit dieser Funkmessaufklärungsstation RBS 15 sowie anderen Aufklärungs- und Leiteinrichtungen können Luftziele in tausenden von Metern Höhe und über hunderte von Kilometern Entfernung geortet werden. An verschiedenen Sichtgeräten beobachten die Funkorter den Flug des Luftzieles, ermitteln die Zielkoordinaten und geben diese Informationen an die Truppenteile und Einheiten der Truppenluftabwehr. Je früher und sicherer das gelingt, auch unter Funkmessstörungen des Gegners, desto erfolgreicher kann er bekämpft werden. Geistplatz 2, 08, mit einer vernichten. Mit diesen verschiedenartigen Waffensystemen kann unsere Truppenluftabwehr Luftziele mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in allen Höhenbereichen vernichten. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen. Die komplizierte Ausrüstung und Bewaffnung der Truppenluftabwehr sicher beherrschen, bei allen Tages- und Witterungsbedingungen den Luftgegner wirksam bekämpfen. Das bestimmt die Anforderungen an die Angehörigen dieser Waffengattung. Geben Zielzuweisung. Geben Zielzuweisung. Ziel abgedeckt. Fahrer, Gas-Kabine anlassen. Gas-Kabine 100% Generator Strom zurückgeschalten. Schalter umvermeilen. Besatzung, Funkmessfeuer, Leitgerät einschalten. Musik Geben Zielzuweisung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er ist aber umso erfolgreicher, je besser alle Kräfte und Mittel auf dem Gefechtsfeld dabei zusammenwirken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erstmals in deutscher Geschichte schützen Soldaten hier Selbstgeschaffenes, schützen Volkseigentum, die Soldaten der Nationalen Volksarmee und die der Grenztruppen der DDR. Und gut beschützen müssen sie ihren Staat, weil es noch immer Kräfte gibt, die den Frieden gefährden, die versuchen, den Kalten Krieg wieder herauf zu beschwören. Deshalb bringen, so wie bisher auch die Soldaten der Nationalen Volksarmee nach wie vor um höchste Leistungen im täglichen Dienst. Hier absolvieren die Soldaten eines Panzerzuges zur wiederholten Male eine der ihnen vorgeschriebenen Übungen mit großer Präzision. Das Fahren unter erschwertigen Bedingungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Lob und Kritik danach. Das geschieht immer, denn die Panzerbesatzungen messen sich, wie alle Soldaten der Nationalen Volksarmee, miteinander, aneinander im sozialistischen Wettbewerb. Ehe sie in Manöver mit ihren Genossen aus den Ländern des Warschauer Vertrages zusammenwirken. Während dieser Manöver handhaben alle Soldaten die gleiche, im Warschauer Pakt einheitliche Waffentechnik. Und es erweist sich dabei immer wieder die Kraft unseres sozialistischen Verteidigungsbündnisses, das sich im Mai 1975 seit 20 Jahren bewährt. Seit 20 Jahren nämlich sichern die im Warschauer Pakt vereinten sozialistischen Länder vor allem auch Kraft ihrer Militärmacht Europas Völkern die bisher längste Friedensperiode dieses Jahrhunderts. Und dabei bleibt es. Und dabei bleibt es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verladen im Dunkeln. So beginnt fast jede große Übung. Da muss man schon etwas können als Fahrer. Man braucht Gefühl. Fingerspitzengefühl. Es geht um Zentimeter. Unser Kommandant war früher selbst mal Fahrer, der weiß das. Gerade deshalb hat man es bei ihm nicht leicht. Für ihn als Traktorenschlosser ist so ein Panzer eine klare Sache. Für mich als Mauer hatte das Stahlrösse seine Tücken. Doch wenn es wieder losgeht, ist das alles vergessen. Übungen sind zwar schwerer, aber man kann zeigen, was man gelernt hat. Adler 35, Adler 36, Halt, rechts unterziehen. Aufsitzen, absitzen. Aufsitzen, absitzen. Wie oft ich das schon geübt habe. Von den vielen blauen Flecken am Anfang will ich mal gar nicht reden. Und jedes Mal, wenn ein neuer Ladeschütze kommt, geht das Üben wieder los. Schütze, Ladeschützer, Fahrzeug dann. Neun bis elf Sekunden wollen erstmal geschafft werden. Achtung, an die Fahrzeuge, aufsitzen. Und jeder Kommandant will natürlich mit seiner Besatzung die Norm möglichst unterbieten. An die Fahrzeuge, aufsitzen. Aufsitzen. Nur bedingungslose Ausführung der Befehle sichert den Erfolg des Trainings. Nur so wird aus der Norm ein Bestandteil hoher Gefechtsbereitschaft. Ehe ich das begriffen hatte. Unser Kommandant war mir der Vorbild. Und er hat mir geholfen. Als neuer habe ich es nicht einfach. Alles will gelernt sein. Aber hier bin ich nicht der Neue, der alles machen muss, sondern das jüngste Mitglied der Besatzung. Mein Unteroffizier lässt keine Kluft entstehen zwischen Soldaten und Gefreiten. Und lernen kann man von ihm viel. Nicht nur, was die Panzerei betrifft. Ein Stück aufnehmen. Brülle aufsetzen. Im Dienst habe ich bei ihm noch keinen Durchhänger erlebt. Gerade in schwierigen Situationen kann man sich auf ihn verlassen. Besatzung einsteigen. Als ich das Aussteigen unter Wasser zum ersten Mal trainiert habe, Hand aufs Herz. Mir waren die Knie ganz schön weich, obwohl ich es nicht zugegeben habe. Man muss sich mal vorstellen. Der Panzer sitzt mitten im Flussbett fest. Über uns sind dann mehrere Meter Wasser. Wir vier sitzen auf unseren Plätzen in den engen kleinen Raum und das Wasser steigt. Von Sekunde zu Sekunde. Doch Genosse Barke war so ruhig und alles war wie selbstverständlich. Es geht los. Das wird meine erste große Übung. Von mir erwarten die Genossen besondere Anstrengungen. Wie werden wir diesmal abschneiden? Trainiert wurde alles. Auch unter gefechtsnahen Bedingungen. Und mit guten Ergebnissen. Aber Fahrschule ist eine Sache. Und eine ganz andere ist das Gefecht. Die Fahrschulstrecke kennt man eben. Das Übungsgelände ist unbekannt. Und die 30 Tonnen immer dahin zu bekommen, wo sie hin sollen, ist gar nicht so einfach. Auch wenn man 520 PS zur Verfügung hat. Wenn ich hier als Fahrer gute Arbeit leisten will, dann bin ich angewiesen auf den Kommandanten. Sein Einschätzungsvermögen, seine Entschlusskraft. Umgekehrt natürlich auch. Am Kampfkollektiv bildet sich nur in gegenseitiger Übereinstimmung beim Denken und Handeln. Entfaltung! Entfaltung! Wenn der Panzer erstmal rollt, da denkt man nur noch an das, was im Moment zu tun ist. Man hört die Befehle und führt sie aus. Aber einer der ersten Sachen, die der Kommandant mir eingeschärft hat, war der Hinweis, immer daran zu denken, warum wir im Panzer sitzen und was unsere Aufgabe ist. Das sozialistische Vaterland, was du schützen sollst, musst du dir ganz konkret vorstellen. Im Gefecht ist es ja unter Umständen eine Lebensfrage, das Ziel schnell zu finden. Kein Kommandant lässt bei seinem Richtschützen Unsicherheiten zu. Das Nachzeichnen der Ziele hat er mit mir geübt, unerbittlich. Punkt 10 Punkt 11 Punkt 8 Punkt 9 Richtschütze absitzen! Richtschütze, Zeitdauer der Übung 2 Minuten 20 Zeit wurde eingehalten Fehler trat noch auf beim Nachzeichnen Punkt 3 Punkt 5 Wir müssen nicht weiter üben mit der Handdauerung des Steuerpuls Panzergranate 30-0-0 Richtsbirge Bandentüttung 800 Aus der Bewegung Feuer! Bei jeder Granate immer daran denken, gegen wen Bei jedem Meter vorwärts nicht vergessen, wer uns gegenübersteht Treffer! Auch wenn es nur eine Übung ist Freitschock, Börse, Bordeaux! Beim letzten Vergleichsschießen sind wir mit gemischten Besatzungen ins Treffen gegangen. Das war der schönste Augenblick des ganzen Tages. Das war der schönste Augenblick des ganzen Tages. Als dann der Panzer anrollte, spürte man richtig die Spannung im Tor. Zusammen mit den Freunden sind wir unschlagbar. Das begreift man erst so richtig, wenn man es selbst erlebt hat. Diese Übung, das ist eigentlich nur Marsch und Angriff und wieder Marsch und nochmal Angriff. Manchmal geht aber auch etwas schief. Im vergangenen Diensthalbjahr passierte uns Folgendes. 34, 435, Fahrzeug ausgefallen, linke Kette gerissen, kommen! Damals hatten wir einen anderen Fahrer und auch einen anderen Ladeschützen. Kommen! Besatzung absitzen! Wir hatten gemeldet, die Einheit fuhr weiter. Im Ernstfall wäre die Kampfkraft geschwächt gewesen. In solchen Situationen merkt man, wer ein guter Kommandant ist. Parker hat sofort die Bergung organisiert. Uns hat er angetrieben. Wir haben geschuftet bis zum Umfallen. Es ging um jede Minute. Der Fahrer hatte zwar keine Schuld an der Panne, aber er war unsicher geworden und sehr geschickt stellte er sich wirklich im Moment nicht an. Wir hatten bei dieser Bergung sicher sämtliche Normen unterboten und uns selbst übertroffen. Wieder ran an die Truppe. Das war die Devise des Kommandanten. Aber auch unsere. Denn wären wir nicht gleichzeitig mit der Einheit im Bereitstellungsraum gewesen, hätte die Kompanie uns als Verlust melden müssen. Ein Panzer weniger im Zug beim nächsten Angriff. Außerdem hätten wir bei der Wertung gefehlt. Im Wettbewerb. Und wir wollten doch den besten Titel erringen. Über den Sondeurlaub haben wir uns gefreut. Und an den Tag denken wir noch heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jeder hat ihn schon einmal gesehen, den mittleren Panzer T-55. Er bildet die Hauptbewaffnung der Panzereinheiten der Nationalen Volksarmee. Die ihn beherrschen Kommandant, Fahrer, Richt- und Ladeschützer. Munition für das MG 7-62, das Fla-MG 12,7 und die 100 mm Kampfwagenkanone. Einmal angerichtet, bleibt die Kanone unabhängig von der Wannenbewegung im Ziel. Sowohl in der Seite, als auch in der Höhe. Ein robuster 12-Zylinder-Dieselmotor mit 390 Kilowatt Leistung treibt den Panzer an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit Zusatzgeräten erfüllt er die Funktionen einer Pioniermaschine. Mit seinen 36 Tonnen kann er zwar nicht schwimmen, aber taufen. Nach kurzer Vorbereitungszeit ist der Panzer in der Lage, Wasserhindernisse bis 5 Meter Tiefe zu durchfahren. Der T-55, eine ausgezeichnete Waffe in den Händen bewährter Kampfkollektive. Im Manöver, immer mit dabei die Panzertruppen. Hohe Geländegängigkeit ist ein Merkmal dieser Waffengattung. Da aber Havarien auch hier nicht ausgeschlossen sind, folgen ihnen unmittelbar die Genossen des Panzerdienstes mit ihrer Berge und Instandsetzungstechnik. Mandant, Seile auslegen parallel zum Fahrzeug. Rückausgang einlegen. Rückausgang einlegen. Zurückfahren. Halt! Komm, Sie setzen. Gut, wollen Sie anmachen? Ja, ankommen Sie. Berufsunteroffiziere und Fähnriche des Panzerdienstes gewährleisten mit ihrer Arbeit die Einsatzbereitschaft der Panzertechnik, ob in der Werkstatt oder als Kommandant eines Kranpanzers. Sie verfügen über universell einsetzbare Technik und ihr eigenes technisches Geschick ist mehr als gefragt. Gefragt bist auch Du in Deiner Entscheidung für diesen Beruf. Du erhältst Kenntnisse in verschiedenen technischen Tätigkeiten, die Dich zum Spezialisten machen, als Berufsunteroffizier oder Fähnrich des Panzerdienstes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich übernehme die Gefechtsfeldbeobachtung. Schere horizontieren, Richtkreis orientieren. Ach so, Schere horizontieren, Richtkreis orientieren. Untertitelung. BR 2018 Batterie auf Gruppenstellung. ZF 501. D Stille grün. Richtungswinkel. 1691. 1691. Entfernung. 1500. 1500. 1.500. Feuerkommando. Batterie auf Gruppenstellung. Splitter-Sprunggranate, Splitterzünder. Verhungerte Ladung. Strichstaller 480. Von Grundrichtung nach rechts 010. Feuer verteilen von dritten mit 002. Je 4 laufende Laden. Bereitschaftsmelden. 96 anfahren. 31 24. Richtig. Einschussladen. Splitterzünder vor der Laden hergestellt. Einschussgeladen. Musik Halt! Stellung zur Axel! Amen. Amen. Firelight. 690 Feuerwehr. Kommen. Feuer. Kommen. 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 Panzer der NVA zeichnen sich in Gefechtssituationen durch hohe Beweglichkeit und enorme Feuerkraft aus. Unterschiedlichstes Gelände, Flüsse und Seen müssen überwunden werden. Vor allem das Forcieren von Wasserhindernissen darf die Dynamik der Gefechtshandlungen nicht beeinträchtigen. Die Besatzungen werden deshalb gründlich auf die Unterwasserfahrt vorbereitet. Musik Bevor jedoch dieser Ausbildungshöhepunkt absolviert werden kann, müssen sie sich in der leichten Taucherausbildung mit den persönlichen Sicherheitseinrichtungen vertraut machen. Auch das nasse Element verliert so seine Schrecken. Die Signalleine gibt Sicherheit und gewährleistet Verständigung. Musik Auch die nachfolgende Etappe im Flutübungsgerät, dem nachgebauten Kampfraum eines Panzers, hat nur das Ziel, den Soldaten sicheres Reagieren auf eventuelle Havariefälle anzuerziehen. Um den Panzer in diesem modellhaften Fall unter Wasser verlassen zu können, muss der Kampfraum geflutet werden. Steigendes Wasser und dadurch eingeschränkte Kommunikation sind starke psychische Belastungsmomente. Nur intensives Trainieren und gegenseitiges Unterstützen im Kampfkollektiv helfen, diese Bewährungsprobe erfolgreich zu bestehen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Im Ergebnis der Ausbildung kann jedes Wasserhindernis ohne Risiko für Besatzung und Kampftechnik zügig forciert werden. Eine Garantie, die Panzer mit all ihren technischen Möglichkeiten maximal zu nutzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Verlauf der Gefechtshandlungen müssen die Truppen natürliche und künstliche Hindernisse vieler Art überwinden. Besonders schmale Wasserläufe, die im mitteleuropäischen Raum eine militärgeografische Besonderheit darstellen, verlangen zu ihrer Überwindung den Einsatz der modernen Pioniertechnik. Zu diesen Mitteln zählt auch das Brückenlegegerät BLG-60. Mit ihm werden kleine Flüsse, Kanäle, Panzergräben, Trichter und Schluchten mit einer Breite von 15 bis 20 Metern sowie Steilhänge überwunden. Sein Basisfahrzeug ist vom mittleren Panzer T-54 abgeleitet. Schutzpanzerung, Beweglichkeit und Geländegängigkeit sind durch den Spezialaufbau die Scherenbrücke nicht beeinträchtigt. Ein Wasserhindernis ist zu überbrücken. Ohne das Fahrzeug verlassen zu müssen, beginnt die Besatzung mit dem Ablegen der Brücke. Die Hydraulik der Verlegeeinrichtung arbeitet. Sie hebt die Brückenkonstruktion aus ihrer Marschlage und stellt sie senkrecht vor dem Fahrzeug auf. Nun werden über Seilzug die beiden Hälften der Brücke auseinandergeklappt. In wenigen Minuten spannt sie sich über das Hindernis. Die Brücke liegt und wird vom Haken gelöst. Zur gleichen Zeit nähern sich bereits die ersten Einheiten, um über die Spurbahnen des BLG mit Spezial- und Gefechtsfahrzeugen den Wasserlauf zu überqueren. Während dieser Zeit wird das Basisfahrzeug des BLG in Deckung gefahren. Die Brückenkonstruktion des BLG 60 ist so geschaffen, dass alle in der Nationalen Volksarmee und in den sozialistischen Bruderarmeen gebräuchlichen Räder- und Kettenfahrzeuge entsprechend ihrer Masse und Größe die Brücke befahren können. Nachdem die Truppen mithilfe des BLG das Hindernis überwunden haben, rollt auch der Brückenlegepanzer ans jenseitige Ufer, um dort die Brücke wieder aufzunehmen. Im Vergleich zu Brückenlegepanzern der NATO-Streitkräfte nimmt das BLG 60 eine internationale Spitzenstellung ein. Musik Leutnant Kümmel bei der Ausbildung seines Panzerzuges. Aufgabe Gefechtsaufklärungstrupp. Musik Diese Kraft zu zügeln, dieses moderne Waffensystem zu beherrschen und im Gefecht richtig einzusetzen, das macht stolz. Das verlangt Verantwortung. Musik Leutnant Kümmel ist seinen Soldaten und Unteroffizieren ein guter Lehrer und Erzieher. In der täglichen Ausbildung hilft er ihnen, ihre Kampftechnik zu meistern. Musik Er vermittelt Kenntnisse technischer und auch taktischer Art. Das volle Ausnutzen aller Eigenschaften seiner Fahrzeuge verlangt von ihm selbst Kühnheit und Entschlossenheit. Offizier der Panzertruppen der Nationalen Volksarmee kann ein Beruf für dich sein. Wie du es werden kannst, erfährst du an deiner Schule oder beim zuständigen Wehrkreiskommando. Musik Diese Waffen sind unbrauchbar, allenfalls Schrott. Kürzlich gehörten sie noch zum Arsenal der Nationalen Volksarmee. Sie sind nie in einem Krieg eingesetzt worden und es waren auch keine Kriegseinwirkungen, die den Panzern und Flugzeugen das Ende bereiteten. Diejenigen, die eben diese Waffen bislang brauchten, um Frieden zu bewahren, legen selbst Hand an. Sie zerstören die Zerstörungsmittel, weil sie dem Frieden auf neue Weise näher kommen wollen. Musik Regimentsappell Goldberg, April 1989 Für diese jungen Männer ist der Wehrdienst vorbei. Sie haben, wie es sich gehört, ihre Schuldigkeit getan. Der eine mehr, der andere weniger. Wenn sie heute nach Hause gehen, folgen ihnen keine neuen Soldaten. Das Bataillon, in dem sie gedient haben, wurde aufgelöst. Es ist der Anfang vom Ende des Panzerregiments 8. Der erste Abschnitt seiner völligen Beseitigung in Struktur und Bewaffnung. Dieser Tag ist für uns erstmal ein Ehrentag und dass wir entlassen werden. Wir sind jetzt so froh. Vorbereitet haben wir uns. Technik und alles so wurde all vorbereitet zur Abrüstung. Wir freuen uns, dass wir uns entlassen werden. Das kam mal in Rundfunk und Fernsehen. Und welches Regiment das genau betraf, das kam erst eine Weile später. Und als es näher auf uns kam. Das haben wir gestern am Schilder gehört, in der aktuellen Kamera. Ja. Wurde es ja auch wieder gesagt. Heute auch wieder. In Rundfunk-Sendung. Seid ihr froh, dass ihr jetzt nach Hause könnt? Ja. Ja, das wird wohl jeder sein. Das wird wohl jeder sein. Das wird wohl jeder sein. Ja. 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 Noch sind es einseitige Maßnahmen der DDR, die hier die internationale Öffentlichkeit in Goldberg zur Kenntnis nimmt. Noch müssen die ersten Erfahrungen bei der Abrüstung gesammelt werden. Die Militärdoktrin unserer Seite orientiert auf Verteidigung. Ihr Prinzip hinsichtlich des Potenzials an kriegsfähigen Truppen und Waffen ist die Hinlänglichkeit. Keiner dieser Panzer ist veraltet. Ihre Kriegstauglichkeit ist unbestreitbar. Dennoch sind ihre Tage gezählt. Sie werden ausgesondert. Dafür zuständig ist der Regimentskommandeur. Der T-55A ist ein wesentlicher Teil der Bewaffnung der Nationalen Volksarmee. Seine Zuverlässigkeit ist bekannt, seine Kampfkraft wurde vielfach erprobt. In einer Anzahl von Manövern und Übungen haben die Soldaten, die mit diesen Panzern Gefechtsaufgaben zu fahren und zu schießen hatten, beachtliche Leistungen erzielt. Allein und im Kollektiv. Allein im Panzerregiment Goldberg müssen 19 Berufssoldaten ihren Dienst quittieren. Andere werden sich neuen Aufgaben zuwenden. Panzer kann man aussondern, Menschen nicht. Der Divisionskommandeur hat seiner Verantwortung gerecht zu werden und die ist zweifach. Er muss konsequent abrüsten und er muss zusehen, dass sein Verband verteidigungsfähig bleibt. Unsere Militärdoktrin verlangt das. Von diesen Panzern wird keiner mehr zu Gefechtshandlungen eingesetzt werden. Niemals und nirgendwo. Obwohl sie allesamt ihr Limit an Jahren und Kilometern nicht ausgeschöpft haben, sind sie inzwischen altes Eisen. Es ist tatsächlich die letzte Verladung, die präzise und verantwortungsbewusst wie immer natürlich geschieht. Einige der Panzer werden zu Ersatzteilspendern. Wenige können für die Volkswirtschaft umgebaut werden. Die meisten gehen zur Verschrottung, landen im Schmelzofen. Zum Verkauf gelangt nicht ein einziger. Europa. Untertitelung. BR 2018 Für diese Panzer und die Panzersoldaten aller Dienstränge ist es die letzte Übung in Bestand. Sicherlich nimmt sie keinen besonderen Verlauf. Der Gegner ist wie üblich abstrakt, also nicht vorhanden. Die Gefechtshandlungen folgen der Kriegskunst, vieles ist Routine. Alle Soldaten zu motivieren, die Panzerbesatzungen zu Leistungen zu veranlassen, wenn man ja doch aufgelöst wird, das war allerdings das Besondere. Es war nötig zu demonstrieren, es werden kampffähige und leistungsstarke Einheiten abgerüstet. Diese Panzertruppe hat ihre letzten Übungen in diesem Sinne sehr gut abgeschlossen. Der anscheinende Widersinn, der darin liegt, funktionstüchtiges Kriegsgerät zu zerstören, erlangt seinen Sinn angesichts der Bedrohung, die von den zum Wärsten gefüllten Waffenarsenalen der Welt ausgeht. Von den 600 Panzern, die die NVA 1989 abrüstete, wird keiner mehr ein Gefechtsfeld überqueren. Keines der 50 Flugzeuge, die die Luftstreitkräfte außer Dienst stellten, fliegt jemals wieder. 10.000 Mann wird die NVA weniger haben, um ihren Verteidigungsauftrag zu erfüllen. Mit der Reduzierung von Waffen und Soldaten vollzog sich 1989 eine einseitige Maßnahme der DDR im Rahmen des Warschauer Vertrages. Sie war mehr als eine Geste guten Willens. Die Hoffnung stärkt sich, dass dieser Beginn offen vollzogene Abrüstung Spuren freilegt für weitere Schritte in eine friedliche Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Durch den schwenkbaren äußeren Teil der Tragflügel wird die MiG-23 universell einsetzbar. Den minimalen Pfeilwinkel der Tragflügel benutzt der Flugzeugführer beim Start, bei der Landung und beim Flug mit geringen Geschwindigkeiten. Die NVA ist mit sowjetischen Hubschraubern der Mi-Reihe ausgerüstet, die je nach Klasse und Baujahr Weltspitze repräsentieren. Als das Schiff seinem Element übergeben wurde, leuchtete am Bug der Name unseres ersten Präsidenten. Als erster Kapitän führte der in Stürmen um Kaporn ergraute Fahrensmann Ernst Reitendorf die Schonerbrick. Eigentlich schon im verdienten Ruhestand, wollte er nur ein paar Monate bleiben. Es wurden fünf Jahre. Man hat sich ans Bordleben gewöhnt. Nicht nur an die besondere Art der großen Wäsche und an das ewige Stampfen der Maschinen. Vor allem an den anstrengenden Dienst, an den vierstündigen Wechsel von Wache und Freiwaffe. Unser Land Unser Land. Seine Grenze sicher behütet von Werktätigen in Uniformen der Grenztruppen. Unsere Staatsgrenze zu sichern ist souveränes Recht und Pflicht zugleich. Unser Schlag hat also gesessen. Der Staat der Arbeit und Bauern hat ihnen seine Stärke und Entschlossenheit gezeigt. Mit diesen Soldaten und mit diesen Panzern, die sich hier zur Sicherung bereitstellen. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren.